Wie die Agentur am Freitag, 14. September 2018, mitteilte, sieht das Gremium die zwei noch offenen Kriterien von der Russa da als erfüllt an. Demnach habe das russische Sportministerium die im Zuge des Stoppingskandals im McLaren Report identifizierten Probleme anerkannt. Außerdem sei Russland bereit, unabhängigen Experten Zugang zum Labor in Moskau und den darin befindlichen Daten und Proben zu gewähren. Das Expo der Vada wird sich am 20. September auf der Sitzung auf den Seychellen mit der Empfehlung beschäftigen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Vada der Empfehlung folgen wird. Die Russada war im November 2015 nach der Aufdeckung des staatlich gedeckten Doping-Systems von der Vada suspendiert worden. Russland wurde ein institutionalisiertes Doping-System attestiert. Whistleblower Grigori Rodchenko, der das Moskauer Doping-Control-Labor jahrelang geleitet hatte, trug mit seinen Aussagen und Einblicken dazu bei, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Rodchenko lebt heute anonym in den USA. Am Donnerstag hatte eine Gruppe britischer Athleten davor gewarnt, die Suspendierung aufzuheben. Dieser Schritt wäre eine Katastrophe für sauberen Sport, teilten die Sportler in einem Brief an die Vada mit und warnten weiter, dass Athleten nicht mehr an das System glauben würden, wenn die Russada zu diesem Zeitpunkt wieder zugelassen würde. Stand 14. September 2018 19.45 Uhr Stand 15.45 Uhr